ja moin leute ja zu einem neuen video und zwar habt ihr bestimmt mitgekommen dass ich letzten wochen inaktiver war oder ja inaktiver inaktiv bin und auch erstmal bleibe denn naja erstens schule ist ja jetzt wichtig weil ja bald die abschlussprüfungen sind und für jede notal zählen deswegen eine erste punkt schule zweiter punkt bewerbungen also ich suche ja noch eine ausbildungsstelle und deswegen muss ich da auch viel zeit rein investieren und drittens wenn ich mal zeit habe sind dann meine internetprobleme im spiel denn es ich weiß dass wir kommentieren wir es ja ruft auch an ich werde gleich anrufen ich habe jetzt etwas zeit deswegen auch das ist dieses video auch jetzt drehen ja was ich sagen wollte also ganz ohne info kann ich nicht stehen lassen ich werde probieren jede woche vielleicht ein video zu bringen aber sagt man nicht böse wenn ich es nicht schafft also ja nur kurz sagen und ich werde auch die nächsten wochen oder vielleicht auch monate auch inaktiv sein wie gesagt ich werde probieren halt immer so ein video pro woche vielleicht zu machen ja also ich hoffe ihr habt verständnis dafür und dann haut rein